Hallo Leute, Willkommen zu einer neuen Folge von Work of Age Eine Ewigkeit später Wir greifen Trento an Oh, ähm, die zwei Schlüsse habe ich Essen pahnt Ja, erfolgreich genommen Planton und Ein Freund von mir hat in der Schule gesagt Ähm, ähm, hältst du den Finger um, so wird man dich loben, hebst du die Hand, regierst du das Land So, ich, ich glaube, manche wissen, was mit der Hand gemeint ist, aber manche nicht, darum ist es gut so Okay, greife ich jetzt an Na, bitte, bitte übertreibt jetzt der nicht Gut, jetzt mal Da, der, der heilige Schlüssel Nein Okay, abgewehrt Hacked er Hacked er Alter, der hat Der, der, der einfach meine komplette Armee Einfach Oh, Mann Ja, ich hab vielleicht bisschen mehr Genau Wie ich das machen soll Ich könnte sich jetzt so Hier drauf kann man nichts bis zu sehen Okay Ich komplett assi ist Der kommt ja hier Hier Mach ich hier schon mal Ein paar Tauers Da, da rollt jetzt schon los Nein 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 Der, der kräft jetzt nicht an Alter Wieso Wieso ist die KI noch schlauer als Ich denke Ey, man Man denkt immer, die KI ist doof Ist sie eigentlich auch Okay Ich hab noch meinen kompletten Ball Das ist geil Okay Ich hab noch meinen kompletten Ball Okay Bisschen abgebremst aber Hallo Leute Willkommen zu einer neuen Folge von Wack Auf 8 Wir greifen Trennto an Oh, ähm Die zwei Schlüsse habe ich Essen pahnt Ja, erfolgreich Genommen Mit Planton ein freund von mir hat in der schule gesagt hältst du den finger um so wird man nicht loben hebst du die hand regest du das land so ich glaube manche wissen was daran gemeint ist aber manche nicht darum ist gut so so viel das jetzt ich muss das jetzt irgendwie schlauer machen als vorher okay greife ich jetzt an bitte bitte übertreibt jetzt der nicht gut jetzt mal da der der heilige schlüssel okay abgewehrt hack der alter der hat das ist einfach meine komplette armee einfach ja ich habe vielleicht bis mehr genau wie ich das machen soll ich könnte das ist ja so hier drauf kann man nix bis jetzt ja okay ich komplett assi ist der kommt ja hier jetzt mache ich hier schon mal ein paar towers so wieso wieso ist die k.i. noch schlauer als ich denke man denkt immer die k.i. ist doof ist sie eigentlich auch okay ich habe noch meinen kompletten ball das geil okay bisschen abgebremst so richtig gut gerade mein handy okay ich mache jetzt voll drauf stimmt ich kann einfach so wenden wahl und das das sagt ich muss vorher an sein tor sein nein wie nervig ist das bitte ich muss nie wie vorher da sein nein ein fitzsäßchen ein fitzsäßchen brauche ich nur oh mein gott ich dachte also ich dachte schon danke spiel danke spiel ich bin ich bin feuer da okay nein 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 ey ey digga digga aimbot aktiviert nein ich muss ich muss noch genug strahlen machen ich bin ich bin so schnell und nicht kommt 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 ne 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 auf die der nächsten Strecke zu der ist ihnen ein land heutzutage kein geld ein stein so spät man heute monopoly die bank oh mein gott die map okay dann also in diese map muss man alles hier vorne bauen die machen mir jetzt geld so könnte jetzt die machen mir jetzt gerade geld also hatte überhaupt ihnen was gemacht ich muss die schlüsse suchen weil sitzen kommt man nicht voran da sind schlüsse bitte bitte ist die kai so dumm ich weiß dass die falsche richtung ist muss man nicht tausend mal sagen sie ich noch im video ob ich auch falsch ich muss eine stelle sein eine einzige stelle ich fliege über die komplette märkte 300 alter hat er hat eine bank zerstört ne das so viele einheiten derselben art was so es kann sein ja wahrscheinlich okay wenn der also ich glaube dass das sehr leichteste gegner weil man muss ihn wie nur hier hier in wohnen ja eine woche bauen dann muss er er hat dann ist im land und das will man sich antun und 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 ich das ist ich 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 ach schützen kann man ja gut gut das habe ich jetzt ja aber der macht das durch absichtlich absichtlich merkt man schon merkt man schon dass er absichtlich dass man sie plötzlich einfach ganz ohne die bank bei ihnen in der ecke so hier denn dann die beste taktik hier noch hier noch 700 wenn wenn ihr mit einem freund hier spielt macht einfach den glitsch aber ich ja man kommt schneller an an den tors gut muss ich noch mal schaffen nur am ende hier aber das war glaube ich ja nicht genug hat da da hat er mich abgebremst da da hat er mich abgebremst ich habe mich abgebremst auch gern hehehe 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 so spielt man nicht Monopoly dafür so spielt man einfach keine Monopoly weiter zu Rom Oh, okay, so rum. Der schreckliche Papst, alias der Kriegspapst. Das ist eine Faust! Gut, okay, dann... All hinten... Ich schaffe hier Gold. Der Gegner darfst du das nicht tun. So, eine Bank. Ich brauch Geld. Bank, ich brauch Geld. Danke. Aber das ist auch nur die Starterbank. Oh, nee. Ich... Ich weiß nur... Ja... So, gut. Ja... 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 Na gut, gute Augen muss man auch haben. Ja... Ja... Ja, die... Die komplette Abweg geskippt. Geil. Nee, nach hinten. So... Nein, der Mammut! Nein! Den brauch ich! Vielleicht... Boah, das wär was hier eigentlich... So ein Elefant am Ende. Wenn ich schaffe, das gleich wie... Wie GLP zu machen und dann... Dann bin ich Gott. Nein, Spaß. Denk immer dran. Oh... Dieser Skill einfach. Seht ihr? Den... 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 Der Skill einfach hier. Guck. der, der, der... Hat mir... Die hat mir schon sehr viel Leben abgesch�len. Mann. E... B. E... E... Das devices... Ah ja, stimmt. Ich geb ja an. So, so, so. Ich freu mich einfach, wenn ich Schiffe habe. Einfach nur. Schneller, schneller, schneller. Da sehe ich sein legendes Tor. Dieser Skilljump. Oh, dieser Skilljump. Geil. Oh mein Gott. Als ob. Bitte schafft er nicht. Bitte. Wie schafft er das? Bitte, 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 bitte. Das könnte nicht passieren. Der ist klein. Der wurde einfach instant genudelt. Nee. Und scheinlich seit das Spiel Nee. Der hat gewonnen. Gut, dann fahrst du es mit diesem Part. Also ich mache immer ja ja gut, dann erwarte es mit diesem Part bewerteten Part. Ciao, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Isto wo gut auch ? Ich stack Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. zu aus Machen Nation ist nä property